Mein Name ist Annette Düring. Ich bin beim Martins Club im Aufsichtsrat tätig und dort bin ich die erste Vorsitzende. Als Mitglied eines Vereins unterstützt man den Verein und man hilft dem Verein, seine Zwecke zu erreichen und seine Ziele zu verwirklichen. Ich beobachte den Martins Club schon seit vielen Jahren und finde, dass er großartige Arbeit macht. Und deswegen ist mir der Wunsch auch gewachsen, Mitglied zu werden und dadurch auch Teil der Gemeinschaft Martins Club zu sein. Ich finde, dass der Martins Club mit seinem Ziel, sich für alle Menschen einzusetzen, für Menschen mit Behinderung, mit und ohne Behinderung, dass der Martins Club dort eine ganz wichtige Zielsetzung verfolgt. Und als Mitglied möchte ich aktiv mitgestalten und auch dazu beitragen, dem Verein eine Stimme zu verleihen. Je mehr Mitglieder, umso wichtiger wird ein Verein und umso mehr wird er gehört und da möchte ich sehr gerne dazu beitragen. Ja, ich würde mich freuen, wenn der Martins Club noch viel, viel größer wird und wir ganz viele Bremer und Bremerinnen überzeugen können, auch Mitglied bei uns im Martins Club zu werden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich sehr gerne dazu beitragen. Vielen Dank.